Ich bin eine Crap-Kuh Was? Oh mein Gott, da ist eine Katze Ah, Yuki Wo kommt denn Yuki auf einmal her? Der Hund ist so unendlich Oh Quatsch Oh, so ein richtiger Feini, alter Kann man den gut treten? Ja Ich stelle dir vor, ob meine Enkel sehen, dass sie irgendwann Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwann meinen Geschlechtsverkehr Boah, ich dachte kurz, du wärst die militante Veganerin Kurz gedacht, ich höre Was machst du gerade mit deinem Mikrofon, das macht mich echt nervös No Joke, ich bin Brick Wie alt bist du? Was denkst du? Oh mein Gott, nein Unter 18 Auch tatsächlich unter 18 Ich bin mit High Heels so 1,67 Ohne 1,53 Und wenn du lustig bist 1,27 Boah, du bist süß Kannst du mal für mich bellen, wenn ich für dich miaue? Miau Bellen Der Miau war richtig scheiße Das heißt, du bist einfach alleine in Spanien Genau In Spanien Du bist nicht ein bisschen einsam Ich lad dann immer so junge Früchtchen mit dich ein und dann bin ich nicht mehr so einsam Ah, ich kann das nicht Willst du mit mir Kriegsverbrechen im Sudan begehen? Nein Oh, das wäre ein guter Titel Kriegsverbrechen Hast du Socken an, soll ich fragen? Ja Und ich zeig keine Füße Ich krieg keinen Fußkontent von mir Oh ja, Niklas Ich schwöre, ich kann nicht mehr Spätestens jetzt ist mein Blut jetzt nicht mehr in meinem Hirn Oh nein, ich merke das Ah ja Ey, dein Bauch ist so ein bisschen behaart, ne? Das hatte so diese Frauen-Physics Kannst du passen nicht? Warte Na, oh mein Gott, aber ich hab auch so schöne Ey, es sieht gerade aus, als wärst du nackert So liegen bleiben Okay, nein Ey, yo Ne Ey, ähm Ja Ich hab den Faden verloren Ey, ich Schnapp mir ne Bratwanne und kack da rein Ich dachte, du willst das sehen Ich dachte, du willst das erleben Der sieht aus wie Simon Jesus Simon Ey, kann ich die Süße mit den langen Haaren im Discord daten? Ich soll dich fragen, warum du dein Glied bei fremden Leuten auf dem Discord zeigst Wer hat das geschrieben? Nie Hallo, willst du mit mir befreundet sein? Okay Dankeschön für dein Abo Kuss, kuss, kuss Digga, hörst du den Zaun? Nee, ist voll leise gerade Nein Nein Kein Scheiß, ich wünschte mein Penis wär ja Igeneriert, weil das wär dann durchschnittlich Okay Wie, was hältst du von Dora? Dora Digga, hörst du mal, das ist ja volljährig Sicher? Oh, Hauptfigur, sieben Jahre alt Ah, ich bin ein Tretera-Tops Oh! Ich habe mir das gerade vorgestellt, so erst vor mir. Ich habe vielleicht so geile Reizwäsche an und so. Ich kann dir eine Kartenerklärung machen, indem ich schau mal hier so. Hier oben ist jetzt z.B. mein Haus, okay? Und hier hinten ist so Lidl, Edeka und alles. Und hier ist es Virgie King. Dann wog ich erst mal hier. Dann bin ich schon fast beim Lidl, Edeka und alles. Und dann gehe ich noch mal zurück, weil ich Hunger habe. Oh, ich habe lange nicht mehr so eine Scheiße gesehen. Ich glaube, ich habe ein Talent. Ich kann anhand der Fußstruktur den Charakter einschätzen. Ehrlich? Ja, ja. Sagst du deine? Sollte Steuerung W drücken, sagt mein Discord für Screenshot. Für Screenshot. Er hat seine Fenster geschlossen. Willkommen zurück zu diesem neuen Video. Heute habe ich einen Bombengürtel um meine Brust geschnallt. Und wir gehen in den Kindergarten und schauen, wie das ausgeht. Ja, ja. Ich bin nicht geisteskrank. Digga, die sind so Kacke geschnitten. Deine Videos sind so scheiße, Digga. Meine Videos sind so scheiße, Digga. In Spastiken, Digga. Mit einem Spastiken, mit einem Spastiken. Ich muss mein Revier verteidigen, weißt du. Deswegen uriniere ich immer auf alle Leute. Ich warte einen Moment. Ah, lass mich. TikTok drei Stunden. Warum hast du Snapchat zwei... TikTok drei Stunden heute? Okay, du bist wirklich ein Opfer. Warum hast du drei Stunden? Nein, wegen den ganzen Steroiden schrumpft schon mein Fitness. Ja, das ist schlecht. Werd clean. Ich nehm gar nicht Steroiden. Du glaubst es sogar, ne? Weißt du, dass ich ein neues Hobby hab? Das wäre... Was machst du? Bücher schreiben. Nein! Wer liest die? Ist dein Opa nice? Mein Opa ist tot. Ich kann hier nur so verkacken. Ich schwöre, ich hab noch nie deinen Fuß gesehen. Ich hab schöne Füße. Oder so Nutella eintungen und dann ablecken. Darüber hab ich gestern mit einer gesprochen. Ja, es war Erdnussbutter. Du guckst mich so schockiert an. Es war Erdnussbutter. Alles gut. Ich soll von Nils fragen, ob du seinen Namen auf seine Füße schreiben kannst. Seinen Namen auf seine Füße. Das hätte nicht klappt. Nee, auf deine Füße. Das war Grappi... 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 Ey, weil so viele reden. Ja, hallo. Das war Gra... Grappi... Grappi... Aber richtig, du Spass, was sollst du tun? Ja, ja. Hm, die Cola, die schmeckt, ne? Das ist der Pepsi, mein Bester. Ja, Pepsi Cola. Lass es dir gut gehen, meine Juts. Willst du erzten, Alter? Wirklich? Das ist mein Freund. Halt's Maul. Halt's Maul. Ich kann jetzt ekspertiere und zählen sie den Tod. Oh, genau. Ich fahr immer nachts über die Straßen und such nach Tierkadaver... Oh, genau. Ja, aber ich hab dann auch nie drüber nachgedacht. Ich werd wieder gecancelt. Zum fünften Mal jetzt dann schon. Ach, nein. Ich hasse, wenn das passiert. Ich fühl mich manchmal hier wie bei Lebenshilfe. Ja, hilf mir bitte. Nein. Alle die Stimmen. Nein. Zeig mal, zeig mal deine sexy Asscheeks. Also, ich mach das ehrlich, aber ich zieh mir das Unterhose runter, wenn das... Ja, fall deinen Arsch auseinander. Ja, hier ist mein Bild. Ach, Mann, ist das schon wieder geiselkrank. Ich weiß nicht, ob ich das in meinen Mund bekomme. Ja. Bist du gerade auf Discord? Ja. Können die mal stöhnen? Oh, nein. Was ist das für ein schwuler Hintergrund? Das ist für ein schwuler Oberlippenbart. Darauf schieß du doch, sei da ehrlich. Wollen wir rumwachen? So, man hat seinen besten Freund schon mal so im Schlaf gegen seinen Willen angefasst. Als ich meine beste Freundin geflüßt habe, waren wir besoffen. Das Lustige ist, ich mache Witze und du meinst es ernst. Vor allem so junges Frischfleisch wie dich, ja. Oh, nein, hör auf damit, bitte. Ich kann damit nicht umgehen. Nein, entweder. Ist doch schön breit gebaut, wa? Oh, nein, hör auf damit. Oder Adam und Eva, einfach nackt. Ein Mann und eine Frau, das heißt, sie kann gar nicht flüchten. Also, sie hat ja nur dich. Ja, ja, ich mag, wenn sie keinen Fluchtweg haben. Ja, schade. Kannst du dieses Mic in deinem Mund nehmen? Kann ich mir gut vorstellen, dass das mein Dick wäre. Wir haben jetzt beide einfach so Cumstains an unserem Mikrofon. Wir müssen richtig süße Zuckerschnut und ich würde dich aufessen von oben bis unten. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich war gerade beim Höhepunkt. Brauch dich nicht mal anfassen. Hör auf mit den Soundeffekten, lass das bitte. In dieser Tube, da ist da Honig. Das sieht so alt aus, ja? Ist da deine Oma drin? Was? Ich glaube, ich kaufe mir echt ein Bodypillow, damit ich beim Schlafen jemanden umarmen kann. Oh, nein. Ich bin 18. Yo, was? Oh, mein Gott. Dein Fuß. Ich? Okay. Okay. Okay, äh, ist deine Katze da? Deine Eltern sind gehörlos, du Baxter. Meine Eltern sind nicht gehörlos, du Baxter. Was bist du? Ich meine dich, Bri. Okay, ciao. Okay.